Mein Traum war, ein Teil von großen Projekten zu sein und mein Traum ist Realität geworden, weil ich gerade an einem sehr riesengroßen Projekt hier im Rheinland-Pfalz arbeite. Es freut mich, dass ich die Energiewende aktiv selbst mitgestalten kann. Ich bin richtig stolz darauf. Die aktuelle Bundesregierung hat Ziele vorgegeben, bis 2030 80 Prozent des Strombedarfes aus Erneuerbaren abzudecken und bis 2045 klimaneutral zu sein. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir in ganz ganz vielen Bereichen eine Transformation erleben, wie sie es lange Zeit nicht mehr gegeben hat. Wenn wir ehrlich sind, brauchen wir einen wesentlich stärkeren Zubau als der, der heute stattfindet und in Zukunft stattfinden wird. Und dann sprechen wir von einer Vervier- oder Verfünffachung der Montage- und Baukapazitäten. Um die Frage zu beantworten, schaffen wir es mit deutschen Fachkräften allein? Nein, werden wir nicht schaffen, weil der Nachwuchszug gering ist. Wir haben bei uns in der Montage Kollegen russischer Herkunft, ukrainischer Herkunft, Marokko, Tunesien und das ist alles gemischt. Es geht jetzt ja auch nicht darum, günstige Arbeitskräfte zu bekommen, sondern wir wollen ja Menschen ermöglichen, die in Deutschland wohnen wollen, auch in Deutschland zu leben und möchten natürlich für uns auch fähige Fachkräfte ausbilden. Das heißt, wir suchen wirklich langfristig die Mitarbeiter, die auch wirklich das Ziel verfolgen, ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen. Ich plane Photovoltaikanlagen in Freiflächen. Ich kümmere mich in der Projektplanung um jeden einzelnen Schritt von der Vorplanung über die elektrische Planung bis zur Erstellung der Materialstückliste. Aktuell arbeite ich an dem Projekt KIN3. Diese Photovoltaikanlage hat eine Leistung von ca. 3,14 Megawatt-Pig. Damit können viele Haushalte aus der Region mit Strom versorgt werden. Ich habe mein Abitur mit dem Schwerpunkt Physikwissenschaften in Marokko gemacht und danach habe ich mein Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Kuln mit der Fertiefungsrichtung elektrischer Energietechnik erfolgreich abgeschlossen. Und ja, jetzt bin ich hier. Ein ganz großer Punkt gerade für den Anfang ist Unterstützung bei der Wohnungssuche. Dafür haben wir ein Haus angemietet, wo wir quasi vier möblierte Wohnungen zur Verfügung stellen, bis man in der Lage ist, sich in das Team integriert hat, die Arbeiten eigenständig machen kann, um dann auch eigenständig natürlich noch mit Unterstützung, aber als selbstständig auf eine Wohnungssuche zu gehen. Es sind viele Sachen, die von der Firma vielleicht auch organisiert werden. Das Beispiel war jetzt einen Bowlingabend zusammen zu machen. Es ist aber auch wichtig, dass das Unternehmen viele Veranstaltungen auch unterstützt, die von den Mitarbeitern vielleicht selber geplant werden. Es gab einen Sushiabend, wo da selber Sushi gemacht wurde, weil dadurch einfach der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit wesentlich gefördert wird. Wir werden in Zukunft und auch heute schon wesentlich stärker auf internationale Fachkräfte zurückgreifen müssen. So ehrlich muss man sein. Das Wachstum, was wir anstreben, können wir in der Summe nicht selber ausbilden. Wir werden unseren Markt bedienen müssen, um diese Ziele, die wir uns als Unternehmen, aber auch als Gesellschaft gesteckt haben, zu erreichen. Ehrlich gesagt, als ich hier nach Deutschland kam, also ich musste nicht hier in Deutschland also leben für immer. Aber ich habe meine Meinung also geändert. Ich habe so viele Freunde, ich habe meine Arbeit hier, also mein Leben ist hier in Deutschland. Beide.